5. Marissa wachte später auf, erstaunt, dass sie überhaupt geschlafen hatte. Doch so war das mit dem Nähern. Danach musste sie immer ausruhen. Sie betrachtete die rotleuchtenden Zahlen des Weckers. Noch vier Stunden bis zum Morgengrauen, und sie hatte Dinge zu tun, die sie nur nachts tun konnte. Sie blickte über die Schulter. Bartschlag auf dem Rücken, die Hand über der nackten Brust, die Augen unter seinen Lidern hin und her flatternd im tiefen Schlaf. Ihm waren Bartstoppeln gewachsen, seine Haare standen in alle Richtungen ab, und er wirkte um einige Jahre jünger. Und er war attraktiv in seinem Schlummer. Warum hatte es nicht besser klappen können, wenn sie doch nur ein wenig länger ausgehalten, mehr Geduld gehabt hätte? Und jetzt musste sie gehen. Sie schlüpfte unter der Decke vor, und die Luft war kühl auf ihrer Haut. Leise sammelte sie ihre Kleider ein. Das Unterkleid. Das Korsett. Die Unterhose. Wo war die Unterhose? Plötzlich stockte sie und sah verblüfft an sich runter. Auf der Innenseite eines ihrer Schenkel spürte sie ein warmes Rinnsal. Blut. Weil er sie genommen hatte. Komm her, hörte sie Bartsch wispern. Beinahe ließ sie ihre Sachen fallen. Ich, ähm, ich wusste nicht, dass du wach bist. Er streckte ihr seine Hand entgegen, und sie ging zu ihm. Als sie nah genug war, wickelte er seinen Arm um ihr Bein und zog sie auf die Matratze, sodass ihr Gewicht auf einem Knie ruhte. Dann beugte er sich vor, und mit einem leisen Keuchen nahm sie seine Zunge an der Innenseite ihres Oberschenkels wahr. Sacht küßte er die Reste ihrer Jungfräulichkeit weg. Sie fragte sich, woher er diese Tradition wohl kannte. Schwer vorstellbar, dass Menschen das ebenfalls bei ihren Frauen taten, wenn sie sich zum ersten Mal mit ihnen vereinigt hatten. Für ihre Spezies hingegen galt das als heiliger Moment in einer Beziehung. Ach, Mist, sie hätte schon wieder heulen können. Bartsch ließ sie los und legte sich wieder hin. Er betrachtete sie mit einer Miene, die nicht zu deuten war. Aus irgendeinem Grund fühlte sie sich so furchtbar nackt vor ihm, obwohl sie sich den Unterrock vor die Brüste hielt. »Nimm meinen Morgenmantel«, sagte er. »Wo ist der?« »Hängt an der Schranktür.« Sie wandte sich um. Sein Morgenmantel war tiefrot und von seinem Duft gezeichnet. Unbeholfen zog sie ihn über. Die schwere Seide fiel bis auf den Boden und bedeckte ihre Füße. Mit dem Gürtel hätte sie ihre Taille viermal umwickeln können. Sie schielte zu dem ruinierten Kleid auf dem Fußboden. »Lass es liegen«, meinte er. »Ich werfe das weg.« Sie nickte, ging zur Tür, griff nach der Klinke. Was konnte sie sagen, um das hier besser zu machen? Sie hatte das Gefühl, nichts als Chaos verursacht zu haben. Erst hatte ihre biologische Notwendigkeit ein Keil zwischen sie getrieben. Dann war ihre sexuelle Unzulänglichkeit enthüllt worden. »Ist schon okay, Marissa. Du kannst einfach gehen. Du musst nichts sagen.« Sie ließ den Kopf sinken. »Sehen wir uns beim ersten Mal?« »Ja, klar.« Wie in einem Nebel lief sie vom Pförtnerhäuschen zum Haupthaus. Als ein Doggen die Tür der Vorhalle für sie öffnete, musste sie den Saum von Batschs Morgenmantel raffen, um nicht zu stolpern. Wodurch ihr einfiel, dass sie ja überhaupt nichts anzuziehen hatte. Zeit, sich mit Fritz zu unterhalten. Nachdem sie den Butler in der Küche gefunden hatte, fragte sie ihn nach dem Weg zur Garage. »Sucht ihr nach euren Kleidern, Herrin? Soll ich euch nicht welche aufs Zimmer bringen?« »Ich würde lieber selbst ein paar Dinge aussuchen.« Da er nervös zu einer Tür rechts von sich schielte, ging sie in diese Richtung. »Ich verspreche, mich zu melden, wenn ich Hilfe brauche.« Der Doggen nickte, nicht im Mindesten beschwichtigt. Sobald sie die Garage betrat, blieb sie stocksteif stehen. »Wo war sie denn hier reingeraten?« »Da standen keine Autos in den sechs Parkbuchten.« »Dafür war kein Platz.« »Du liebe Güte!« »Kisten!« »Nein, keine Kisten!« »Serge!« »Was war das?« »Herrin!« »Eure Habseligkeiten sind hier drüben!« Fritz' Stimme hinter ihr war respektvoll, aber sehr fest, als gingen sie die ganzen Kiefernholzbehälter nichts an. »Würdet ihr mir bitte folgen?« Er führte sie zu ihren vier Schrankkoffern, ihren Reisetaschen und Schachteln. »Seid ihr sicher, dass ich euch keine Kleider aufs Zimmer bringen soll?« »Ja.« Sie berührte das Messingschloss an einer ihrer Louis Vuitton-Taschen. »Würdest du mich bitte allein lassen?« »Selbstverständlich, Herrin!« Sie wartete, bis sie die Tür zufallen hörte. Dann löste sie den Riegel an dem Schrankkoffer vor sich. Als sie die beiden Hälften auseinanderzog, quollen Röcke vor, farbenprächtig, üppig, wunderschön. Sie erinnerte sich, die Kleider zu bellen und Treffen des Prinzipsrats getragen zu haben und anlässlich der Abendgesellschaften ihres Bruders und... Sie bekam eine Gänsehaut. Rasch wandte sie sich dem nächsten Koffer zu und dem nächsten und dem letzten. Dann fing sie wieder beim ersten an und nahm jeden Einzelnen erneut in Augenschein. Und dann wiederholte sie das Ganze noch einmal. »Das war doch lächerlich!« »Was spielt es schon für eine Rolle, was sie trug?« »Such dir einfach eines aus!« Sie streckte die Hand aus und nahm sich... Nein, das hatte sie getragen, als sie sich damals zum ersten Mal von Revenge genährt hatte. Wie wäre es mit diesem? Nein, das Kleid hatte sie bei einer Geburtstagsfeier ihres Bruders getragen. Aber das hier... Wie ein Feuer spürte Marissa die Wut in sich auflodern. Der Zorn durchströmte sie, erhitzte sie innerlich, flammte durch ihren Körper. Wahllos riss sie Kleider von den gepolsterten Bügeln, auf der Suche nach einem, das keine bösen Erinnerungen auslöste. Immer war sie unterworfen gewesen, eingekerkert, absichtlich verletzlich gehalten, im goldenen Käfig. Sie ging zum nächsten Schrank und noch mehr feinste Stoffe flogen durch die Luft. Ihre Hände wüteten, zerrten, zerrissen. Dann flossen die Tränen und sie wischte sie ungeduldig weg, bis sie nichts mehr sehen konnte und aufhören musste. Sie rieb sich mit beiden Händen übers Gesicht. Dann ließ sie die Arme sinken und stand einfach nur still inmitten des regenbogenfarbenen Durcheinanders, das sie angerichtet hatte. In diesem Moment fiel ihr die Tür in der hinteren Ecke auf und jenseits davon konnte sie durch die Glasscheibe den Rasen hinter dem Haus erkennen. Marissa starrte auf die Schneedecke. Dann blickte sie nach links, wo der Rasenmäher neben der Tür stand und daneben eine rote Dose. Weiter wanderte ihr Blick über Vertikotiere und Eimer mit Düngemitteln bis hin zu einem Gasgrill, auf dessen Deckel eine kleine Schachtel stand. Dann betrachtete sie die Hort Couture im Wert von 100 und aber 100.000 Dollar. Sie brauchte gute 20 Minuten, um jedes einzelne ihrer Kleider in den Garten zu schleppen. Und auch die Korsetts und die Umhänge wurden nicht verschont. Als sie endlich fertig war, schimmerten ihre Roben geisterhaft im Mondlicht. Stumme Schatten eines Lebens, zu dem sie nie zurückkehren würde. Sie zog eine Scherpe aus dem Haufen und ging mit dem schmalen, rosa Seidenstreifen zurück zur Garage. Dann nahm sie ohne weiteres Zögern den Benzinkanister und die Streichholzschachtel mit nach draußen und stellte sich vor die unbezahlbare Flut aus Chiffon und Seide, tränkte sie mit dem durchsichtigen, süßlichen Brandbeschleuniger und nahm ein Streichholz raus. Sie zündete die Scherpe an. Dann warf sie das Stoffstück auf den Kleiderberg. Die Explosion war heftiger, als sie erwartet hatte. Und der plötzliche Druck schleuderte sie nach hinten, versenkte ihr das Gesicht, flammte zu einem riesigen Feuerball auf. Orangefarbener und schwarzer Qualm stieg auf. Und im Angesicht all dieses Infernos schrie sie auf. Bartschlag auf dem Rücken und starrte an die Decke, als der Alarm losging. Er schoss aus dem Bett, zog sich seine Boxershorts über und knallte dann gegen Wischers, der ebenfalls aus seinem Zimmer und in den Flur gestürzt kam. Zusammen torkelten sie zu den Computern. »Verflucht nochmal!« brüllte Wischers. »Es brennt im Garten!« Ein sechster Sinn ließ Bartsch ohne weitere Überlegung aus der Tür stürm. Barfuß raste er über den Hof. Er spürte die kalte Luft und die Kiesel unter den Sohlen nicht mal. Dann nahm er die Abkürzung um die Front des Haupthauses rum und rannte in die Garage. »Ach, du Scheiße!« Durch die Fenster am hinteren Ende konnte er ein grelles Flammenmeer im Garten erkennen. Und dann hörte er die Schreie. Als er durch die hintere Tür preschte, wurde Bartsch von Hitze und dem schweren Geruch von Benzin und brennendem Stoff empfangen. Und er war der Feuerbrunst noch nicht mal halb so nah wie die Gestalt unmittelbar davor. »Marissa!« Ihr Körper war nach vorn zum Feuer geneigt, ihr Mund weit offen. Ihr gellender Schrei durchschnitt die Nacht so deutlich wie die Flammen. Sie war wie rasend, taumelte am äußeren Rand entlang. Und dann rannte sie. »Nein! Der Morgenmantel! Sie würde stolpern!« Entsetzt sah er es geschehen. Sein langer, blutroter Morgenmantel wickelte sich um Marissas Bein und brachte sie zum Straucheln. Sie stürzte nach vorn, mit dem Gesicht voran auf das Feuer zu. Als die Panik auf Marissas Miene sichtbar wurde und ihre Arme hoch in die Luft flogen, spielte sich plötzlich alles in Zeitlupe ab. Bartsch rannte so schnell er konnte und schien sich dennoch überhaupt nicht zu bewegen. »Nein!« schrie er. Im letzten Moment, kurz bevor sie den Flammen zum Opfer fiel, materialisierte sich Raph hinter ihr und riss sie in seine Arme. Rettete sie. Bartsch kam schlitternd zum Stehen. Eine lähmende Schwäche verwandelte seine Beine in Pudding. Er hatte keinen Hauch von Luft mehr in den Lungen und sank zu Boden. Brach einfach zusammen. So lag er auf den Knien und starrte zu Raph Empor, der die kraftlose Marissa in den Armen hielt. »Gott sei Dank!« »Gott sei Dank!« »War mein Bruder rechtzeitig da?« murmelte Vicious irgendwo in der Nähe. Bartsch kam mühsam auf die Füße. Er wankte, als schwankte der Boden unter ihm. »Alles klar bei dir?« Vicious hielt ihm die Hand hin. »Ja!« Bartsch taumelte zurück zur Garage und lief einfach weiter, stolperte über irgendwelche Türschwellen, stieß gegen Wände. »Wo war er?« »Ach ja, in der Küche!« Fahrich sah er sich um und machte die Speisekammer aus. Er schob sich in den kleinen Raum, lehnte sich mit ihm Rücken an die Regale und schloss sich mit all den Konservendosen, dem Mehl und dem Zucker ein. Erst dann begann sein gesamter Körper zu zittern, bis seine Zähne klapperten. Die Arme flatterten wie Flügel. Alles, woran er denken konnte, war eine brennende Marissa. In Flammen stehend, hilflos, qualenleidend, qualenleidend. Hätte nur er sie zu erreichen versucht, hätte Ralf nicht irgendwie rechtzeitig erkannt, was geschah und sich unmittelbar zu ihr materialisiert, dann wäre sie jetzt tot. Bartsch wäre nicht in der Lage gewesen, sie zu retten. Natürlich versetzte ihn diese Vorstellung auf direktem Weg in die Vergangenheit. Mit grausiger Klarheit blitzten Bilder seiner Schwester vor ihm auf, wie sie vor 25 Jahren in dieses Auto gestiegen war. Janie hatte er auch nicht retten können, hatte sie nicht rechtzeitig aus diesem Chevy ziehen können. Verflucht! Wenn Ralf damals da gewesen wäre, dann hätte der König vielleicht auch Janie retten können. Bartsch rieb sich die Augen und redete sich ein, dass der Schleier davor nur die Nachwirkungen des ganzen Rauches war. Eine halbe Stunde später saß Marissa auf dem Bett in dem blau tapetsierten Raum und schämte sich zutiefst. Sie hatte ihre neue oberste Regel ein bisschen zu weit getrieben. Das ist mir so peinlich! Ralf, der im Türrahmen stand, schüttelte den Kopf. Das muss es nicht sein! Ist es aber! Sie versuchte zu lächeln. Was ihr beispiellos misslang! Ihr Gesicht fühlte sich unbeweglich an, die Haut straff von der senkenden Hitze und ihr Haarroch nach Benzin und Rauch. Wie auch der Morgenmantel! Verstohlen schielte sie zu Bartsch. Er stand draußen im Flur, mit dem Rücken an die Wand gelehnt. Seit er vor einigen Minuten aufgetaucht war, hatte er kein Wort gesagt. Und er wirkte auch nicht so, als wollte er ins Zimmer kommen. Wahrscheinlich hielt er sie für völlig durchgedreht. Mit gutem Grund. Sie hielt sich ja selbst für durchgedreht. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Du stehst unter gewaltiger Anspannung, sagte Raph, obwohl sie ihn dabei gar nicht angeschaut hatte. Das ist keine Entschuldigung. Marissa versteh das jetzt bitte nicht falsch, aber das interessiert keine Menschenseele. Wir wollen nur, dass es dir gut geht und dass du in Sicherheit bist. Der blöde Rasen ist uns scheißegal. Als sie immer weiter an Raph vorbei Batsch anstarrte, warf der König einen kurzen Blick über die Schulter. Ja, ich sollte euch zwei wohl besser allein lassen. Versucht ein bisschen zu schlafen. Ja? Raph drehte sich um und Batsch sagte etwas, das sie nicht hören konnte. Als Antwort gab der König dem Mann einen freundschaftlichen Schlag in den Nacken. Weitere leise Worte wurden gewechselt. Nachdem Raph gegangen war, trat Batsch vor, aber nur bis zur Schwelle. Kommst du klar? Ähm, ja, ich brauche nur eine Dusche und eine Lobotomie. Alles klar, dann gehe ich zurück zurück in die Höhle. Batsch, es tut mir so leid, was ich getan habe. Es war nur, ich konnte einfach kein einziges Kleid finden, das nicht von Erinnerungen verseucht war. Das verstehe ich. Was eindeutig nicht stimmte. Seine Miene war völlig starr, als hätte er sich von allem losgelöst. Vor allem von ihr. Also dann, pass gut auf dich auf, Marissa. Sie sprang auf die Füße, als er sich zurückzog. Batsch, mach dir keine Sorgen. Was zum Teufel sollte denn das bedeuten? Sie wollte ihm nachlaufen. Aber da erschien Bath im Türrahmen, ein Bündel in der Hand. Ähm, hallo ihr beiden. Hättest du mal ein Momentchen Zeit, Marissa? Batsch, geh nicht! Er nickte Bath zur Begrüßung zu, dann blickte er den Flur runter. Ich muss endlich mal ausnüchtern. Batsch, sagte Marissa in scharfem Ton. Ist das ein Abschied? Sein Lächeln war schwermütig. Du wirst immer bei mir sein, Baby. Dann ging er ganz langsam fort, als wäre der Boden unter seinen Füßen rutschig. Oh Himmel! Bath räusperte sich. Tja, also, Raph meinte, du könntest vielleicht ein paar Klamotten brauchen. Ich hab dir ein paar Sachen mitgebracht, falls du was probieren möchtest. Marissa wollte unbedingt Batsch nachlaufen, aber sie hatte sich heute Nacht schon genug blamiert. Außerdem hatte er ausgesehen, als bräuchte er wirklich dringend eine Pause von den Dramen, was sie wirklich gut nachvollziehen konnte. Nur, dass es für sie keine Flucht gab. Sie selbst war das Problem. Jetzt sah sie Bath in dem Bewusstsein an, dass dies gut und gern die schlimmsten 24 Stunden ihres Lebens sein könnten. Hat Raph dir erzählt, dass ich meine gesamte Garderobe verbrannt habe? Naja, er hat da sowas erwähnt. Außerdem habe ich einen Krater in den Rasen gebrannt. Es sieht aus, als wäre ein Ufo gelandet. Ich kann nicht fassen, dass er nicht böse auf mich ist. Das Lächeln der Königin war sanft. Das Einzige, was ihn nicht so begeistert, ist die Tatsache, dass du Fritz dein Armband hast verkaufen lassen. Ich kann doch nicht zulassen, dass ihr beide mir eine Wohnung mietet. Eigentlich wäre es uns am liebsten, du würdest hier bleiben. Oh, nein, ihr wart schon viel zu freundlich zu mir. Ursprünglich hatte ich heute Nacht vorgehabt, also, bevor ich von der Sache mit dem Benzin und den Streichhölzern abgelenkt wurde, wollte ich mich in dem neuen Haus umsehen und überlegen, was ich für Möbel kaufen muss. Nämlich alle. Beth runzelte die Stirn. Was dieses Haus betrifft, Raph möchte, dass Vicious zuerst die Sicherheitsvorkehrung dort checkt. Es könnte gut sein, dass Vicious die Alarmanlage noch nachrüsten will. Das ist doch bestimmt nicht nötig. Darüber gibt es keine Diskussion, probier's erst gar nicht. Raph möchte, dass du zumindest so lange hier bleibst, bis das erledigt ist. Okay, Marissa. Sie dachte an Bellas Entführung. So sehr sie sich die Unabhängigkeit auch wünschte, Leichtsinn war auch keine Lösung. Ja, ich ist gut. Danke. Möchtest du jetzt die Sachen probieren? Beth deutete mit dem Kopf auf den Stapel in ihrem Arm. Es tut mir leid, ich hab nicht viele Kleider, aber Fritz kann dir noch welche besorgen. Weißt du was? Marissa beäugte die Jeans, die die Königin trug. Ich hab noch nie eine Hose getragen. Ich hab zwei dabei, falls du die probieren willst. Heute Nacht war wohl die Nacht der ersten Male. Erster Sex, erste Brandstiftung, erste Hose. Ich glaub, ich würde gern. Doch unvermittelt brach Marissa in Tränen aus, verlor völlig die Fassung, und zwar so restlos, dass sie nur auf dem Bett sitzen und weinen konnte. Als Bath die Tür schloss und sich vor sie kniete, wischte sich Marissa rasch das Gesicht ab. Was für ein Albtraum! Du bist die Königin! Du solltest nicht vor mir knien! Richtig! Ich bin die Königin! Also kann ich wohl machen, was ich will! Beth legte die Kleider zur Seite. Was ist denn los? Puh, die Liste war ziemlich lang. Marissa, ich glaub, ich glaub, ich kann jemanden zum Reden brauchen. So ein jemand sitzt gerade vor dir. Möchtest du es nicht mal probieren? Ach je, es gab so vieles, was ihr auf der Seele lag, aber eine Sache wog schwerer als der ganze Rest. Nur zur Vorwarnung, meine Königin, es handelt sich nicht um ein schickliches Thema, Sex, um genau zu sein. Es geht um Sex. Beth lehnte sich zurück und setzte sich im Schneidersitz auf den Boden. Okay, leg los. Marissa öffnete den Mund, schloss ihn wieder, öffnete ihn. Man hat mir beigebracht, nicht über solche Dinge zu sprechen. Nein. Beth lächelte. Außer dir und mir ist ja niemand im Raum. Keiner muss es je erfahren. Also gut, tief Luft holen. Naja, ich war eine Jungfrau. Bis heute Nacht? Aha. Nach einer langen Pause fragte die Königin. und weiter. Es war nicht. Es hat ihr nicht gefallen? Da sie keine Antwort bekam, fuhr Beth fort. Ich fand mein erstes Mal auch nicht so berauschend. Marissa blickte auf. Ehrlich? Nein, es tat weh. bei dir auch? Beth nicken verblüffte Marissa. Und es erleichterte sie. Es war nicht alles schmerzhaft. Ich meine, was davor kam, war, es war herrlich. Bart ist so. Wie er mich berührt, das macht mich ganz, oh mein Gott, ich kann nicht fassen, dass ich darüber rede. Und ich kann gar nicht erklären, wie es mit ihm ist. Beth gluckste, das macht nichts. Ich weiß, was du meinst. Wirklich? Oh ja. Die dunkelblauen Augen der Königin leuchteten. Ich weiß exakt, was du meinst. Marissa lächelte. Dann sprach sie weiter. Als es so weit war, du weißt schon, als es geschah, war Bart wirklich sanft und alles. Und ich wollte es mögen. Ganz ehrlich, es war nur alles zu viel und es tat ziemlich weh. Ich glaube, mit mir stimmt was nicht. Innen. Bei dir stimmt alles, Marissa. Aber es es tat wirklich weh. Sie schlang sich die Arme um die Taille. Patsch sagte, den meisten Frauen fällt es am Anfang schwer, sich fallen zu lassen. Aber ich konnte einfach nicht. Das entspricht jedenfalls nicht dem, was sich die Glümera erzählt. Nichts für ungut, denn du gehörst zur Aristokratie. Aber ich würde der Glümera nicht alles glauben. Da hatte die Königin vermutlich nicht ganz so Unrecht. Wie war es denn bei dir und Raph, als ihr ähm mein erstes Mal war nicht mit ihm. Oh, Marissa wurde rot. Verzeih mir, ich wollte nicht. Kein Problem. Ich persönlich mochte Sex nicht besonders, bevor ich Raph kennenlernte. Ich war vor ihm mit zwei Typen zusammen und konnte einfach nicht. Egal. Also ich wusste nicht, was die ganze Aufregung sollte. Offen gestanden wäre es wahrscheinlich, selbst wenn Raph mein erster gewesen wäre, auch nicht leichter gewesen. Bei der Größe seines. Jetzt errötete die Königin. Auf jeden Fall bedeutet der erste Sex für die Frau immer ein Übergriff. Vielleicht ist es erotisch und wundervoll, aber nichts desto trotz ein Übergriff. Daran muss man sich erst gewöhnen. Und für manche ist das erste Mal ziemlich schmerzhaft. Bartsch wird sicher Geduld mit dir haben. Er wird er hat's nicht zu Ende gebracht. Ich hatte den Eindruck, er konnte nicht. Wenn er dir wehgetan hat, dann kann ich gut nachvollziehen, warum er aufhören wollte. Marissa warf die Arme hoch. Gütige Jungfrau, ich schäme mich ja so. Als es passierte, war ich so durcheinander. Mir schossen so viele Dinge durch den Kopf. Und dann wollte ich mit ihm reden, bevor ich ging. Aber ich fand die passenden Worte nicht. Dabei liebe ich ihn. Gut? Das ist gut. Beth nahm Marissas Hand. Alles wird gut werden. Das verspreche ich dir. Ihr beiden müsst es einfach nochmal probieren. Jetzt, wo der Schmerz für dich vorbei ist, sollte es keine Probleme mehr geben. Marissa sah in die mitternachts blauen Augen der Königin und erkannte, dass in ihrem ganzen bisherigen Leben niemand je offen über ein Problem mit ihr gesprochen hatte. Ja, sie hatte noch nie eine Freundin gehabt und genau so kam ihr die Königin vor. Wie eine Freundin. Weißt du was? mummelte Marissa. Nein, was denn? Du bist großartig. Ich verstehe, warum Raph sich so an dich gebunden hat. Ich sagte es ja schon. Ich würde alles tun, um dir zu helfen. Das hast du. Heute Nacht hast du das getan. Marissa musste sich räuspern. Dürfte ich ähm dürfte ich die Hosen anprobieren? Aber unbedingt! Marissa nahm die Sachen und verschwand im Badezimmer. Als sie wieder raus kam, trug sie eine schmale schwarze Hose und einen Rollkragen Pulli. Und sie konnte nicht aufhören, an sich runter zu stammen. Ihr Körper wirkte so viel schmaler ohne das Ganze drumherum. Und wie fühlst du dich? fragte Badez. Komisch, leicht, unbeschwert. Mit bloßen Füßen lief sie im Zimmer umher. Und ein bisschen nackt? Du bist dünner als deshalb sitzt alles ein bisschen lockerer. Aber die Sachen sehen toll an dir aus. Wieder ging Marissa ins Bad und betrachtete sich im Spiegel. Ich glaube, das gefällt mir. Als Bartsch in die Höhle zurückkehrte, ging er schnurstracks in sein Badezimmer und stellte die Dusche an. Das Licht ließ er aus. Er verspürte keine Lust zu sehen, wie betrunken und verstört er immer noch war. Obwohl das Wasser kalt war, stieg er unter den Strahl, in der Hoffnung, eine arktische Wäsche würde ihn nüchtern werden lassen. Unsanft rubbelte er sich mit einem Stück Seife ab und als er an seinem Unterleib ankam, sah er nicht hin, konnte es nicht ertragen. Er wusste, was er davon sich abwusch und bei dem Gedanken an das Blut, das auf Marissas Schenkel gelaufen war, brannte seine Brust. Das zu sehen war der Horror gewesen. Und danach hatte er sich selbst mit dem geschockt, was er tat. Warum er seinen Mund auf ihre Haut gepresst hatte oder woher diese Idee gekommen war, überstieg sein Fassungsvermögen. Es war ihm einfach, als die passende Handlungsweise erschien. Ach, zum Teufel! Er konnte jetzt nicht darüber nachdenken. Haare waschen, ausspülen und Schluss. Er machte sich nicht die Mühe, sich abzutrocknen, ging einfach tropfend zu seinem Bett und setzte sich hin. Die Luft war eiskalt auf seiner nassen Haut, was sich wie eine gerechte Strafe anfühlte. Er stützte das Kinn auf die Faust und starrte quer durch den Raum. Im trüben Schein, der unter der Tür durchdrang, entdeckte er die Klamotten, die Marissa ihm vorhin ausgezogen hatte. Daneben lag ihr Kleid auf dem Boden. Er wandte sich wieder den Sachen zu, die er getragen hatte. Der Anzug gehörte ihm eigentlich gar nicht. Genau wie das Hemd, die Socken, die Schuhe. Nichts von dem, was er trug, gehörte ihm. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr, zog sie aus, ließ sie auf den Teppich fallen. Er wohnte nicht in seiner eigenen Wohnung, gab nicht sein eigenes Geld aus. Er hatte keinen Job, keine Zukunft. Er war ein gut gepflegtes Haustier, kein Mann. Und so sehr er Marissa auch liebte, nachdem, was gerade im Garten passiert war, war sonnenklar, dass es mit ihnen beiden nicht funktionieren konnte. Diese Beziehung war schlicht und einfach zerstörerisch. Besonders für Marissa. Sie war verwirrt und gab sich selbst die Schuld an Dingen, für die sie nichts konnte. Sie litt und das alles seinetwegen. Verdammt, sie verdiente so viel mehr. Sie verdiente Revenge, diesen rein blütigen Aristokraten. Reef wäre in der Lage, sich um sie zu kümmern, ihr zu geben, was sie brauchte, sich mit ihr in der Gesellschaft sehen zu lassen, in den kommenden Jahrhunderten ihr Partner zu sein. Bart stand auf, lief zum Schrank und zog eine Gucci-Tasche vor. Doch dann machte er sich bewusst, dass er nichts mitnehmen wollte, wenn er abhaute. Also warf er die Tasche beiseite, zog eine Jeans und ein Sweatshirt an, steckte die Füße in ein paar Turnschuhe und fand die alte Brieftasche und den Schlüsselbund, die er damals bei sich gehabt hatte, als er bei Vicious einzog. Als er das Metallgewehr an dem schlichten silbernen Schlüsselring betrachtete, fiel ihm ein, dass er sich seitdem gar nicht mehr um seine Wohnung gekümmert hatte. Nach all der Zeit musste der Vermieter längst die Tür aufgebrochen und seine Sachen entrümpelt haben. Was in Ordnung ging. Es zog ihn sowieso nicht dorthin zurück. Er ließ die Schlüssel liegen und ging aus dem Zimmer, bis ihm einfiel, dass er keinen fahrbaren Untersatz hatte. Sah ganz so aus, als müsste er zu Fuß zur Route 22 laufen und von dort aus trempen. Einen konkreten Plan, wohin er gehen wollte, hatte er nicht. Er wusste nur, dass er die Brüder und Marissa verlassen musste. Ende. Er musste aus Caldwell verschwinden. Vielleicht könnte er Richtung Westen ziehen. Als er ins Wohnzimmer kam, war er erleichtert, dass Vicious nicht da war. Sich von seinem Mitbewohner zu verabschieden, wäre beinahe so schrecklich gewesen, wie seine Frau zu verlassen. Er hatte keinen Bedarf an Abschiedszenen. Scheiße! Wie würde die Bruderschaft darauf reagieren, dass er jetzt abhaute? Immerhin wusste er eine ganze Menge über sie. Egal. Er konnte nicht bleiben. Und wenn das bedeutete, dass sie etwas gegen ihn unternahmen, dann würde ihn das jedenfalls aus seinem Elend erlösen. Und was die Sache mit Omega betraf? Tja, auf diese ganze Lesser Frage wusste er auch keine Antwort. Aber wenigstens müsste er sich dann keine Sorgen mehr machen, die Brüder oder Marissa zu verletzen. Denn er hatte nicht die Absicht, einen von ihnen jemals wieder zu sehen. Seine Hand lag schon auf der Klinke zur Vorhalle, als Vicious fragte, »Wohin gehst du, Boller?« Bart schwang den Kopf rum, als Vicious aus dem Schatten der Küche trat. »Vicious, ich verschwinde.« Noch bevor er eine Antwort bekam, schüttelte er den Kopf. »Falls das bedeutet, du musst mich töten, dann mach es schnell und begrab mich und erzähl Marissa nichts davon. »Warum haust du ab?« Es ist besser so, selbst wenn das bedeutet, dass ich ein toter Mann bin. Hey, du würdest mir doch geradezu einen Gefallen tun, wenn du mir das Licht ausknippst. Ich liebe eine Frau, die ich nie wirklich haben kann. Du und die Bruderschaft, ihr seid meine einzigen Freunde und euch gebe ich jetzt auch auf. Und was zum Henker wartet schon in der realen Welt auf mich? Nichts. Ich habe keinen Job. Meine Familie hält mich für total kaputt und das einzig Gute daran ist, dass ich auf mich gestellt unter meines gleichen sein werde. Vicious kam auf ihn zu. Ein riesiger bedrohlicher Schatten. Verflucht! Vielleicht wäre heute Nacht alles vorbei. Hier und jetzt. Batsch! Mann! Du kannst nicht abhauen! Ich habe es dir von Anfang an gesagt. Aussteigen ist nicht drin. Wie schon gesagt, dann mach kurzen Prozess mit mir. Nimm Nimm Dolch und erledige mich. Aber sei versichert. Keine Minute länger werde ich als Außenseiter in eurer Welt bleiben. Als ihre Blicke sich trafen, rührte Batsch sich noch nicht mal. Er würde sich nicht wehren. Er würde ganz sanft in die Nacht gleiten, getragen von der Hand seines besten Freundes in einen guten, sauberen Tod. Es gab schlimmere Arten zu gehen. Viel, viel schlimmere Arten. Wischers Augen wurden schmal. Möglicherweise gibt's einen anderen Weg. Einen anderen Wischers Kumpel. Plastik Zähne machen die Sache auch nicht besser. Vertraust du mir? Als er nur ein Schweigen als Antwort erhielt, wiederholte Wischers die Frage. Bartsch, vertraust du mir? Ja, dann gib mir eine Stunde, Bulle, und lass mich sehen, was ich tun kann.